Ja, servus, servus, meine Freunde, willkommen zu Summoners War und das neue Update ist zwar da und ja, der Wasseranubis, Hall of Fieros ist aber jetzt heute nicht so spannend, viel spannender ist der Homukulus und alles was noch mit in dem Update ist zwar die Rifts, die Gebäude, die Inseln, ich weiß, ich bin spät dran, ich hatte die Woche nur keine Zeit, habe nur selbst so nebenbei gespielt und ihr seht es gerade in meinem Briefkasten, ich habe mir das 29 Euro Package gekauft, ich zeige es euch mal im Shop, weil wenn jemand Geld investieren will, dann, nein, man sieht es nicht mehr, schade. Ähm, okay, das Package ist quasi für die Entwicklung für die Zukunft und dann gab es ein Package von quasi bis Level 40 hat man da Belohnungen gekriegt und wenn man natürlich schon Level 40 ist, hat man die alle auf einmal gekriegt, mit einer Legendären, mit einer Light Dark für 29,99 und es sind echt viele Gems gewesen, ihr habt es gesehen, wie ich sie gerade eingesammelt habe, es waren 1.750, vielleicht ein paar mehr und das lohnt sich auf jeden Fall preis-leistungstechnisch, wenn man Geld investieren will. Also darum, ich habe mir gedacht, ich habe schon lange nichts reingesteckt, dann kann ich die Light Dark und die Legendäre und die Gems, kann man mit Sicherheit irgendwann mal für irgendwas Nettes gebrauchen. Und da habe ich gedacht, hole ich mir mal. Oh, ne, es geht eh zu 10.000, Bitch, ey. Es sah so gut aus hier, die Ecke, es wird ja auch immer langsamer und wenn, ach, ich hasse den Tempel der Wünsche. Nächste Woche gibt es ein Event, Tempel der Wünsche, bei dem, ähm, da ist der Google Play-Blick, ähm, bei dem man immer 5 Wünsche hat, was ich sehr, sehr nice finde. So, wir gucken uns gleich den, ähm, Horus an, ist es der, wie heißt der denn, Avaris heißt er, und, ähm, bauen uns mal ein Team, um da durchzukommen. Ich sage jetzt mal so, für die ersten Versuche, ist Wasser, dann darf Luschen mit, Jasun als Heal, dann brauchen wir wahrscheinlich, ähm, Bella nicht. Wen haben wir denn sonst noch? Der, oh, guck, oder vielleicht mal Tanja, dass die mal noch ein bisschen in Übung kommt. Ja, machen wir es mal so, und gucken, ob wir durchkommen, was wir überhaupt brauchen. Ja, dann machen wir natürlich die Light Dark und die Legendäre noch ganz zum Schluss auf, die es in dem Package halt mitgab. Ähm, wir gucken kurz den Humukulus an, und wir gucken uns kurz die Wades an, während dabei kein Spiel, da werde ich denke ich ein Einzelvideo dazu machen. Hier in der ersten Stage können wir, denke ich, nochmal problemlos, ach, das sind doch die, die wieder auferstehen, wollte ich doch gerade sagen, die konnten doch sowas sein, habe ich ja auch. Mal gucken, wie das dann in der zweiten, dann macht es eigentlich Sinn, Sairos mitzunehmen, aber nicht mit einem Wassermonkey. Was haben wir hier, die dunklen, die haben, glaube ich, den Branding-Effekt. Und was kommt hier, äh, die Lichts in Reviver. Und hier ist er, der Wasserboy. Also, auf Stage 1 geht das noch in 49 Sekunden, ohne sich über Stack Gedanken gemacht zu haben. Nicht wiederholen. Wir gehen nochmal in Stage 2, probieren nochmal das Team. Probieren wir nochmal das Team. Vero hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gebraucht. Ja, komm, wir machen einfach nochmal, gucken, was uns in der zweiten Stage erwartet. Ich denke, neben dem Wasser wird der Feuer dann stehen. Und der Feuer hat, glaube ich, auch Branding. Müssen wir mal reingucken. So, ob ich mir den hole oder nicht. Also, natürlich hole ich ihn mir mindestens mal einmal, aber wie oft ich ihn mir hole, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe ja den Wind und den Licht. Ähm, der Licht halt Reviver. Ich könnte ihn damit aufskillen. Aber, ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich brauche momentan mehr Damage-Dealer oder Supporter, aber kein Reviver. Aber wie gesagt, einmal werde ich ihn mir auf jeden Fall holen. So, ich habe gerade, pardon, ist es neben, ich habe heute Urlaub, aber jetzt ist gerade eine Firmen-E-Mail aufgeploppt. Mal gucken, ob dann, ach je, hätte ich besser es nicht so gemacht. Die Firmen-E-Mail ploppen jetzt unten auf. Da habe ich jetzt nachher meinen Kopf davor. Aber, dann lese ich die natürlich. So, pardon dafür. So, jetzt sind wir hier mit dem Wasseraffen. Mal gucken. Mit zwei. Okay. Wir kommen hier noch tatsächlich gut durch. Es wird ja eigentlich immer erst schwer, wenn die Light-Dark-Viecher dann halt wirklich schwer werden. Ich bin gespannt, wie wir jetzt hier durch die und die letzte Stage halt durchkommen. Hier ist ein beknackter Branding-Effekt. Mal gucken. Gut. Jasun klärt das. Okay, aber hier, die Stage sieht auch noch so in dem Team gut machbar aus. Noch der Licht-Pirat. Und jetzt die nächste Stage. So, hier haben wir die Reviver und Bomber. Eigentlich müsste man die relativ schnell immer down kriegen, damit sie sich nicht wieder genau das hier machen. Okay, aber auch hier die, naja, sehr schön. Wir kommen sehr schnell diesmal durch. Irgendwie habe ich sogar, gucken wir mal. Ich habe noch nie die dritte Stage geschafft. Aber hier ist auch wirklich der Feuer dabei. Der Feuer gibt immer einem, dem mit der niedrigsten HP ein Shield. Das ist sehr, sehr nervig. Das ist seine passive Fähigkeit. Aber, guck mal, wie gut wir hier durchkommen. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ich weiß schon, dass wir die dritte Stage nicht probieren wollen. Zumindest jetzt nicht hier in dem Video. Ey, Luschen getötet. Ich werde es probieren. Wenn ich es schaffe, mache ich nochmal ein extra Video zu. Aber wir wollen uns ja noch ein paar andere Sachen angucken, die ihr zwar wahrscheinlich schon gesehen habt. Gute Zeit. Ja, drei. Gefühlt war es eigentlich schneller. Aber wahrscheinlich, weil ich E-Mails gelesen habe. So, zwei Stück. Okay, zurück. So, ich habe schon mal eine der neuen Inseln angebaut. Hier und natürlich das Gebäude gebaut. Runen-Craften. Den Humukulus-Craften. Ich meine, da wurden jetzt schon eine Milliarde Videos zugemacht von verschiedenen Leuten. Ich bin noch sehr weit weg, ihn zu holen, weil ich gerade bei den Raids auch nicht so top bin. Gucken wir gleich mal hin. Aber natürlich spare ich darauf, ihn irgendwann mal mir zu holen. Es gibt viele nette neue Gebäude, die zum Teil was können, zum Teil halt einfach nur schick aussehen. Ich meine, hier der Drache ist natürlich sehr, sehr nice, weil er auch Kristalle produziert. Ja, Luftschiff, nochmal ein Trainingscenter, was halt einfach immer irgendwas kostet. Und die neuen Materialien, die man auch an verschiedenen Stellen kriegt. Manche kriegt man bei den Riesen und Drachen. Manche auf der normalen, oder viele auf der normalen Map. Oder halt auch verschiedene, an verschiedenen Stellen. Da gibt es schicke neue Dekorationen. Da sind wirklich schicke dabei, muss ich sagen. Da kann man eigentlich jede Insel anders individuell gestalten. Finde ich nett. Zwar unnötig, aber nett. Was ich ganz besonders nett, also jetzt nicht hier... Get. Ah, das sind die, die wir schon mal gekriegt haben. Hier hätte man sich die dann holen können, wenn man sie noch nicht gekriegt hat, oder kann sie sich kräften. Chief Secretary. Hier kann man jeweils das Element des Tages Dungeons beschwören. Da beschwört man ein Random Dungeon das Element des Tages. Heute ist natürlich Samstag, da ist nichts verfügbar. Und dann gibt es solche Kisten. Ich habe da gestern etliche aufgemacht. Eine können wir noch, weil mir die Wind... äh, die kleinen Windessenzen ausgehen. Aber wir machen sie mal auf. Es sind einfach... Ja. Einfach Kisten, wo randommäßig irgendwas drin ist. Ich habe sehr häufig Mana gehabt und sehr häufig, ähm, hier Puffstücke. Wenn wir gucken, was drin sein kann, kann halt auch wieder alles drin sein. Ja, das hätte ich gerne, weil dann könnten wir die auch noch beschwören. So. Ja, also dann, wir haben ja Inseln, die wir neu gestalten können. Es gibt den Humukulus und es gibt noch die Rifts. Oder die neuen, ja, Bossgegner, die sehr, sehr cool sind. Das muss man sagen, echt gut gelungen. Ähm, gehen wir mal hin. Ich will jetzt nicht immer noch von der Zeit, können wir theoretisch reingehen. Ich habe jeden Mal grob durchgegangen, aber jetzt noch nicht... Ich war zu faul, mir die Texte zu lesen. Ich habe einfach mal Teams gebastelt und mit denen gespielt, ähm, ohne jetzt wirklich... Ja, mich damit tief zu beschäftigen. Und darum gucken wir da mal irgendwann rein, wenn ich mir die ganzen Monster mal in Ruhe durchgelesen habe. Aber ich habe eigentlich gedacht, yo, der Wind, weil ich so geile Feuermonster habe, wird das Easyste, ist aber eigentlich irgendwie der Schwerste. Ja, sonst bin ich überall besser. Wind ist das Schlechteste. Also wahrscheinlich braucht man da irgendwelche Funktionen, die ich einfach noch nicht gelesen habe. Darum gucke ich mir in Ruhe an. Und, ähm, beim Feuer, da lief es ganz gut. Sobald man A erreicht, kriegt man eine mystische Schriftrolle. Also pro Dings ist es hier wirklich eine mystische Schriftrolle. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man mal auf Kämpfen geht, die Viecher sind Level 80. Ähm, und das ist einfach Endgame-Content. Also für Leute, die, selbst für mich ist das noch nichts. Ich denke mal, Leute, die Rister-Welten hier gemütlich auf 5 durchziehen, ähm, die können hier jedes Biest einfach total easy niederkloppen. Aber auch ich bin noch nicht so weit, bin da bei vielen Monstern noch davon weg. Ich habe ja einige Monster, die immer gut sind, ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier gehen. Die vier Arbeiten top. Und das fünfte Monster finde ich jetzt noch nicht. Ich habe schon mit Pörner, auch hier mit Bess probiert. Ähm, man, ich habe ein Defense-Prägte-Prei hier bei dem Feuer. Da ist die Mechanik ganz easy zu verstehen. Man braucht viel AOE, weil der so kleine, äh, Minen spawnt, die, äh, wenn man sie nicht tötet, aufeinfallen und, äh, riesig Damage machen. Und, äh, hier mit den beiden Tanks. Beide haben AOE. Basalt finde ich hier echt, echt gut. Äh, also gerade mein Basalt hat ja auch ordentliches an Death-Damage, den er da raushaut. Ähm, also gefällt mir sehr gut. Auch Kumar finde ich jetzt hier als Frontline-Monster gut, weil er viel tankt und auch noch ein AOE hat und ein, äh, AOE, äh, AOE hat und noch ein Heil. Darum sehr gut. Sairos mit seinen zwei AOE-Angriffen, ähm, richtig gut. Ja, wenn der, das, das Monster gestunnt ist. Ähm, wenn das Monster gestunnt ist, dann kann man ihm Buffs geben. Darum habe ich jetzt mal Hua reingepackt und Wördeheal, um mich selbst zu pushen. Ähm, ja, aber wie gesagt, gucken wir uns mal in, ach, wer ist da was ein, können wir noch machen. Und dann machen wir die Beschwörung und nochmal aus dem anderen Event wollte ich nochmal abholen, gucken, wie viel ich da jetzt schon habe. Also, auf jeden Fall wieder schön gemacht, das kann man nur sagen. Ähm, so, jetzt kommen als allererstes die Minen und hier muss man einfach sein AOE. Das darf dann Sairos einfach mal mit dem hier machen. Äh, die, der Boss wird natürlich immer stärker. Die Minen werden dann auch stärker und halten mehr aus, dass halt ein AOE nicht hält. Ähm, was habe ich noch zu sagen? Hier bei 200.000 ist die erste Stage rum. Also, man muss ihn immer mehrfach besiegen. Äh, quasi, wenn er hier unten ist, ist er dann erstmal KO und dann kann man Damage machen. So, ich hebe mal mein Triple Crush auf. Auch hier mache ich mal jetzt den Heal drauf. Und dann, Wörde ist halt echt nice hierbei. Aber, uh, Sairos ist gestunt und jetzt kommen, glaube ich, die, nee, Gott sei Dank, die Minions kommen nicht so. Sehr schön. Da fangen wir mal hier an. Ich bräuchte jetzt einen Defense Break, den er nicht setzt. Was ein Dreck. Also, ich mache jetzt mal hier wieder jetzt auf Auto, sonst dauert das so lang. Ähm, ja, mein Wörter ist halt nur 5 Star und noch nicht so viel. Warum setzt denn, okay, Slow Defense Break jetzt ganz hinten drauf. Das heißt, da haben wir ein bisschen Damage machen können. Und mal gucken. Also, ich bin mit dem Team noch nicht ganz so zufrieden. So, gerade die 3 hier hinten. Okay, Gott sei Dank. Basalt hat es geklärt. Also hier, Wörde ist bei mir einfach noch zu schwach, aber ich sehe ihn da schon. Wobei ich mir auch durchaus hier Sairos als Nieder vorstellen kann. Einfach wegen echt dickem Damage. Hier geht es eigentlich ja nur um Damage. Uh, jetzt übernehme ich mal. Könnte Sairos nochmal mit AOE rankommen? Sonst fliegen mir die Minen um die Ohren. Dankeschön. Die machen halt echt dicken Damage. Und wenn die Minen kaputt gehen, kassiert er Damage. Uh, Sairos kriegt gerade auf die Mütze. Danke, Kumar. So, wir gehen wieder in normalen Modus. Ich weiß nicht, bräuchte ich vielleicht hier einen richtigen Healer. Also jetzt eine Colleen oder so könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Als, ähm... Aber auch meine Colleen ist noch nicht... Ah, sehr schön. Meine Colleen ist noch nicht so weit, dass sie... Ah, Wörde ist tot. Und wahrscheinlich jetzt auch noch... Hoa... Nee. Meine Frontline tankt halt echt hart. Aber jetzt so ein richtiger hier... Healer, ich hatte auch mal Praha... Uh... Okay. Wir kriegen ihn noch einmal, aber dann... War's das wahrscheinlich. Okay, Defense Break ist drauf. Bisschen Damage geht noch rein, aber... Da jetzt das halbe Team tot ist... Ja. Mein erster Versuch war mit Hoa noch mit in der Frontline. Da hatte ich gefühlt für mich zu viel Heal. Oh, wow, sie haben es überlebt. Okay, das ist kein so praller Run. Da kommen wir nicht mit an die... 1,1 Millionen Run. Die wir hatten. Aber, wie gesagt... Da muss man noch ein bisschen üben. Wenn ihr mir Tipps geben könnt, gebt sie. Aber ich denke, ich werde es noch mal probieren mit... Mit... Ähm... Praha... Ich habe, glaube ich, Hoa gesagt, aber ich meinte Praha mit in der Frontline. Und mit Bess noch mit hinten. Dann, ähm... Ja. Die machen schon guten Damage. Was sind wir gewonnen? B... Okay, da waren wir schon besser. Und natürlich, umso höher man hier kommt, umso mehr Humukulus-Bausteine kriegt man, dass man da auch ihn schneller machen kann. Aber das kann ich jetzt nicht als Prio einsetzen. Ich habe noch so viele andere Baustellen. So, 1508. Das heißt, das können wir einsammeln. Das können wir einsammeln. Gut, zwei Mystische können wir einsammeln. Und noch ein bisschen Energie. Das heißt, wir müssen noch... Wow. Noch einiges machen, dass wir die Light Dark kriegen. Aber ich bin dran. So, das heißt, beschwören wir noch hinten raus. Naja, die Light Dark und die Legendäre. Ja, sehr, sehr schick. Ein Stückchen fehlt mir immer noch. Ich kriege es einfach nicht. Ah, die müssen wir noch abholen, die Mystischen. Das Devilmon lasse ich erst mal hier drin. Weil ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, wen ich jetzt Devilmonne. So. Da wollten wir hin. Wir fangen mit den beiden... Legendären, das wäre schön. Mit den beiden Mystischen an. Und nach letzter Woche, wo ich ja gar keinen Blitz habe, würde ich mir ja wenigstens jetzt irgendwas erhoffen. Blitzmäßig sieht es aber nicht gut aus. Jetzt kommt die Light Dark. Also, ein Eschir habe ich immer noch nicht. Tja, das war's von Drei-Stern-Monster, die ich gern hätte. Natürlich würde ich auch... Hehehe. Lustig. So. Sonst hat sich hier nicht so viel getan. Außer, dass ich das von letzter Woche das Cowgirl jetzt hier habe. Die Sierra aber noch jetzt nicht so viel... Ich muss jetzt schon... Und auch die Drei von halt dem Pack, den wir da letzte Woche geholt haben, habe ich auch noch nirgendwo reingesteckt. Weil eigentlich bin ich jetzt gerade so auf Halde, weil ich nicht weiß, wen ich bauen und trainieren soll. Wie viel Platz haben wir? Dann kann ich hier noch irgendwas wegmachen. So. Den mache ich schnell. Ich werde mir jetzt Sigmarus fusionieren. Demnächst so nebenbei. Okay, aber jetzt auch wirklich nicht mit irgendeiner Prio. Darum habe ich den jetzt so nebenher mitlaufen lassen. So. Jetzt können wir aber zu Light Dark übergehen. Und, ja. Keine Blitze. Aber Mara. Okay. Ja, ist halt extrem squishy. Also stirbt sehr, sehr schnell. Wenig Grund-HP. Ich meine das ja gar nichts. Greift mit 30% höher Chance an. Feuert zwei magische Pfeile ab. Jeder Treffer stört die HP-Erholung des Gegners mit 40%iger Chance. Und hindert mit seelenzerstörenden Pfeilen die HP-Erholung des Gegners für zwei Runden. Und dann stirbt der Feind dabei, kann er nicht wiederbelebt werden. Boah. Nett. Really strong Nuka Rageblade Attack. Très bon. Naja, aber mit den Ruden kann ich mir nicht vorstellen. Man müsste halt mal sehen. Also ich weiß, sie war mal echt beliebt, aber irgendwie, jo. So. Und jetzt mach ich einfach und sag nix. Ich finde jetzt einfach nur, weil ich so lange keine Blitze mehr hatte, dass ich doch was verdient hätte. Blitze haben wir jetzt auf jeden Fall. Aber dass da was Cooles dabei rumkommt. Ich freue mich. Ach, ich nehme alles her damit. Blitze. Und? Ich hab's nicht gesehen. Emma, nein! Also. Nochmal Food für meine Emma. Sehr, sehr schade. Noch nicht mal ein neues Spielzeug. Aber wie gesagt, ich komme ja eh mit meinen Spielzeugen eh jetzt schon nicht hinterher. Ähm. Okay. Sie kann da auch noch ein paar Skillups gebrauchen. Jo. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare auch ein bisschen was zum Rift, wenn ihr da ein paar News für mich habt. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.